... Carrier, da kann ich snipen! Wer nicht für Carrier voted ist... Wer für was anderes als Carrier voted ist, ist ein Hurensohn. Ich hab gesehen, wie ich von Raid auf Carrier bin. Nein. Ich hab gesehen, wie irgendjemand von Zurück auf Zufall ist. Äh, von... Zurück? Da steht halt einfach Zurück. Warum steht da Zurück? Weiß ich nicht. Hallo! Justin, geh auf Carrier! Bin ich. Als ob's jetzt einfach... Carrier war schon die ganze Zeit hinten. Das war auf... Hier im Replay, wie Carrier hinten war. So, du Spaß. Carrier war ein Scheißdreck hinten. Das Zufall die ganze Zeit geführt hat mit 4 zu 3. Das glaub ich nicht. Also zumindest die ganze Zeit, als... Als ich mal hingeguckt hab. Einmal. Hehehehe. Wuuuiiii. Eier, was war das denn? Hehehehe. Justin auch mal wie ne Hexe. Okay. Ja. So. Steht schon 3 zu 9. Julian ist dann auch mal da. Da lang so ein Tomahawk vor mir. Hast du grad einen Tomahawk geworfen am Anfang? Ich hab kein Tomahawk. Sind wir in einem Team? Je. Eier. Ja und trotzdem... Trotzdem kann das dein Tomahawk vor mir ansehen. Ich wollt doch trotzdem... Das hat doch gar nichts damit zu tun. Lol. Wiesel. Du Hurensohn. Ex... Epp... Tionel... Son... Son of a bitch. Ist schön, dass er es noch übersetzt hat. Falls er nicht deutsch ist. Alter, man kann ja überhaupt nichts tun. Gegen Bots ist snipen eindeutig leichter. Statement. Justin spielt nur gegen Bots. Feindlicher Orbi... What? Er campt bestimmt. Nein, schau dir nicht. Alter, der hat mich grad schon wieder... 14 zu... Also wenn uns jetzt nuklear gedrückt wird, dann hört ab. An der Stelle hier das Video auf. Shit. So. Wenn nicht, dann nicht. Er hat mich noch ge... Nein, der Loadstar hat mich geholt. Gott, bevor ich den Kill gemacht hab. Und das Gute ist, wenn er 30 zu 0 steht, hat er noch keine nukleare wegen dem Loadstar. Wir sind... Du bist halt nirgendwo safe vor dem Ding. Außer halt in so einem... Wir sollten nicht zusammen rumlaufen. Oh oh. Wenn er das mitkriegt jetzt. Nice. Ja. 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 Alter. T-Bang. Äh. Äh. öh. Äh. Äh. 486 00 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 eine Zeitplan? Komisch, denn der Zeitplan ist in Gefahr. Was jetzt auch in Gefahr ist? Was? Karma du Bastard! Ja! T-Bang! Ja! Ich dachte man nicht! Dich meine ich als erstes, aber danach habe ich einen gekillt, denn der habe ich geteabackt. Haben uns überwältigt! Wie ich eben anstatt Pistole auf Spaßflinte gesagt hab! Channel steht auf dem Kabel und jetzt? Julian, geh in eine Runde und dann schäune ich dir nach! Achso, raus! Äh, warte! Du hast geleckt! Achso, raus! Geht es um eine Zeitlupe? Achso, raus! Einmal nur geil, Alter! Achso, raus! Ja, geil! Lass mal anfangen! Der Vergleich war besser als... Okay, ich lauf raus, sehe erstmal wie ein Teammate in einer Granate stirbt. Das sah richtig episch aus! Nochmal in Zeitlupe mit cooler epischer Musik! Ich wette, ich habe keine epische Musik gefunden! Ich bin irgendwie nicht so fröhlich! Ich sehe dich! Hier haben wir ein Bildes... Es ist weg! Ach, Mann! Hast du es auch gesehen? Das bist du gar nicht! Hier haben wir ein Bildes, es ist weg! Ja, doch! Ich wollte so richtig cool die Schockladung inspizieren und so einen auf Berg Rills machen! Und in dem Moment, wo ich mich halt hinlege, um es genau zu betrachten, die Spawned ist! Cool Story, Bro! Changed my life! Leute, wenn ihr guten COD ko- Ach, halt doch die Fresse! Easy kill! Ich geh direkt! Noob! Eins wird es eins und Nookteon! Ach so, sind wir ja gerade! Deswegen! Nutsch! 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 Zeitlupe nochmal! Okay! Ich wette, das klingt, wie wir spielen in der Zeitlupe! Ich liebe diese Map! Äh, ich liebe diese Lobby, weil irgendwie nur ein Live-Runner da sind! Kann man erstmal ein paar Kills machen! Um sein Ego zu- Äh, alles! Ah! Hallo! Hör auf auf meine Box zu klettern! Wow! Jetzt haben wir zwei Drohnen! Weil in dem Moment, wo der Typ seine Drohne raushaut, ich meine Drohne raushaue! Drohnenception, bitte! Dieser Just Talents fuckt schon ab! Der fuckt schon echt ab! Und da steht 18 zu 12 mit seinem Drecksknife-Gerunner! Beste Drohne der Welt! 7 zu 10! Leute, wenn ihr gu- Berg Rills machen! Ich wollte Tierquäler sagen!